Wissen Sie, ich sehe eine Menge Trailer von Filmen mit so großen, fetten Kritik-Zitaten wie Spannend wie die Hölle oder Urkomisches Meisterwerk. Sogar so abgefahrene wie der beste Film, der je gedreht wurde. Und da frage ich mich, checkt irgendjemand wirklich die Quellen dieser Zitate? Denn wenn nicht, tja, dann sch*** drauf. Kapun ist das alles und mehr. Fantastisch. Umwerfen. Die Leute, die den gemacht haben, sind sch***s genial. Der beste Bootfilm überhaupt. Besser als Titanic. Was? Okay, vielleicht nicht besser als Titanic, aber er ist echt sch***s gut.